Never Give Shields Dreh es nicht verloren! Zu unserer wundervollen Backwards-Challenge und zwar hat uns der oder die Liebe Lpzzzx2002 den Kommentar geschrieben, bitte macht die Backwards-Challenge und da wir so lieb sind und auf euch eingehen, machen wir das jetzt, wenn wir uns tun. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen sein mag, hängt jetzt hier ein wundervolles Bild und dieses haben wir vor mehreren Jahren schon extra, nur für diesen Kanal, für mehrere Millionen Neubauern verdienen lassen. Und zwar von dem wundervollen Magen-Set-Punkt. Er hat es uns geschenkt und es ist 1 Mio. Euro wert. Und es ist die freie Interpretation des Sprichwortes, der Apfel fällt nicht weichem Stamm. Apfel, Stamm, Gefeiner. So, und wir fangen jetzt an und zwar habe ich schon eine Zettel geholt und da steht auf Punkt 1 Bananen schälen. Los geht's! Wir haben gerade noch vergessen, ihr könnt dieses wundervolle Gemälde natürlich auch gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür nur an den Hashtag, ich will 1 Mio. Euro. Nee, ich biete dazu. Hashtag, ich will 1 Mio. Euro. Mach ich lieber alle runter. Hashtag, ich biete 1 Mio. Euro. Und dann könnt ihr bei unserer Verlosung mitmachen. Aber schreibt nicht nur den Hashtag bei unserer Verlosung mitmachen. Und dann müsst ihr halt den Hashtag, ich biete 1 Mio. Euro. Und dazu schreibt ihr noch irgendeinen schönen Satz, was ihr euch von uns wünscht oder so, was wir als nächstes für ein Video machen sollen. Und dann verlosen wir dieses richtig schöne, coole Bild. Und dann die einzige Bedingung ist, ihr müsst halt wirklich 1 Mio. Euro bezahlen. Aber... Aber ihr müsst uns dann so ein Selfie mit diesem Bild machen, wie ihr vor dem Apfel steht auf dem Stamm. Und dann könnt ihr uns das schicken und dann freuen wir uns ganz doll. Wird bestimmt eh keine Macht, die wir alles noch ausgestellt. In einem von unseren Videos kommst du rein. Ja, und dann machen wir Wärme auf euren Kanal, weil wir jetzt so viel davon in den Film haben. So, auf jeden Fall, jetzt geht's weiter. Und zwar ist das nächste auf der Liste Trinken. Versuchen. Okay dann als nächstes machen wir rückwärts auf diese Tauschsprink. Und als nächstes springt das Gefallen, los geht's! Und als nächstes essen wir Süßigkeiten, das machen wir alle drei gleichzeitig. Ich versteh was, wenn ich die Komi so mache. Ja, du machst erste Arten, komm schnell! Egal! So, als nächstes, als auch unsere letzte, eine Vorwärtsrolle. So, als nächstes machen wir... Und als nächstes kommt der Geist. Los! So, als nächstes machen wir das. So, als nächstes machen wir das. Aufwärtsjacke anziehen! Ja! So, als nächstes machen wir das. 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 So, als nächstes machen wir das Treffen hinunter und hinan. So, jetzt kommen wir das noch auf. So, ja! Wir sind fertig und denkt dran mit dem Hashtag, ich biete eine Million Euro und schreibe bitte eine aus, also nicht eine Eins, sondern eine Million Euro und dann können wir dieses eine Million Euro wertige Bild bekommen, was schon, das hängt ernsthaft schon drei, vier Jahre rein zum Klassenzimmer. Ich habe den Anleger genommen. Heiß ich nicht so? Heiß ich scheiße. Heiß ich in unserem Kurs, oh mein Gott. Das ist alles schon antik. Es ist schon fast antik. So, hier Crazy Cupcakes hat vor einer Woche gesagt, dass wir bitte jede Woche ein Video machen sollen und wir versuchen jetzt mal wieder heute ein Video zu machen, weil wir haben uns jetzt extra richtig tolle Softboxen gekauft und dann können wir hier in unserem kleinen, wunderbaren Studio mal öfter was drehen. Studio. Das habe ich jetzt nicht so gesagt. Und, ähm, ihr müsst euch das Vorschläge machen, was ihr noch von uns sehen wollt. Wir haben noch ein paar Ideen. Aber es wäre auch cool, wenn ihr uns mal irgendwelche Ideen sagt. Und dann würden wir gerne versuchen, mal alle zwei Wochen so ein Video zu machen, falls wir das hinbekommen. Ähm, und auf jeden Fall auch Dankeschön für manche Leute, die nette Kommentare geschrieben haben zum Beispiel. Ich such mal ganz kurz was, dass wir noch was kurzes sagen. Ihr seid sehr sehr lieb, habt uns wirklich, also ich fand, es waren schon viele Kommentare. Und das ist irgendwie cool, dass überhaupt irgendwelche da drunter sind. Und überhaupt gerne noch nie vorgestellt, über 1000 Abonnenten niemals zu haben. Ja. Das heißt schon. Ich müsste da nochmal so ein 1000 Abonnenten zum Beispiel haben. Ey, gut. Ihr müsst mal, wenn ihr so ein Special sehen wollt, bei Facebook gucken. Nein, nein, nein. Da haben wir mal ein 100 Abonnenten-Special gemacht. Ja. Und wenn wir irgendwann nochmal mehr Abonnenten machen, haben wir auch nochmal ein gutes Special. Aber wie wir gerade hatten, da hatten wir halt nicht so viel Zeit. Jetzt haben wir ja schon 1200. Ein ganz großes Dankeschön an euch für 1000 Abonnenten. Das ist unglaublich. Meike Schmidt hat uns geschrieben. Zauberponys, wann kommt ein neues Video? Ich liebe euch. Ihr seid der Hammer mit ganz vielen Herzchen. Vielen, vielen Dank. Ganz viele Herzchen zu uns. Und auch vielen Dank an Kokosnussieren, die meinte, erstmal eine tolle Video. In eurem Video steckt echt viel Arbeit. Es macht mega Spaß euch zuzusehen. Bitte bleibt so wie ihr seid. Und ja, wir versuchen jetzt mehr zu tun. Ein bisschen mehr so in YouTube durchzustarten. Mal sehen, dass wir Zeit kommen. Mit Arbeiten. Damit wir so richtig gut werden. Natürlich immer gar nicht mehr schlafen. Und nur noch YouTube machen. Nein. Kaffee-Konsum 100%. Weil wir auch so viel Zeit brauchen. Ja. Wir haben jetzt sehr lange gedacht. Es war wirklich so eine große Abonnenten. Auf jeden Fall, es werden jetzt mehr so Videos gucken. Wo immer nur so drei, vier Leute von uns dabei sind. Weil es immer schwer ist, alle zwölf Leute auf den Haufen zu bekommen. Und weil die meisten halt immer nachmittags kommen, was zu tun haben. Und irgendwelche Hobbys nachgehen. Und wir alle ziemlich weit entfernen wollen. Und wir keine Hobbys haben. Deswegen sind wir hier. Es ist ein Hobbys. Das Video ist schön, oder? Und... 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 Deshalb... Deshalb wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video sehen werdet. Hoffentlich überhaupt mal. Offensichtlich am Wochenende. Und... Und... Oder ihr könnt es euch auch in der Schule angucken. Oder wann anders. Und wir können ja mal noch irgendwelche Videos verlinken. Hier kommt ihr zu Weihnachten irgendwas. Wie heißt das? Weihnachten, was wäre wenn? Was wäre wenn? Was wäre wenn? Was wäre wenn? Okay. Und davon haben wir die Kommentare genommen. Und... Hier kommt ihr zu... Hier kommt ihr zu... Hier kommt ihr zu dem 99 Firefins Award Video von letztem Jahr. Denn wir werden dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein Teil nehmen. Und das ist nämlich nächstes Wochenende. Und davon werdet ihr dann auch das Video zu Gesicht bekommen. Oh ja. Und wir hoffen... Wir kriegen sogar drei Videos nächste Woche hin. Weil wir noch hinter die Kulissen davon filmen können. Ja. Wir machen dann... Wir machen nächste Woche eine Mega-Videoproduktion. Aber wir werden nicht auf einmal. Die Videos dann entsparen wir uns ein bisschen auf. Und wir werden ein bisschen aufgeteilt. Und dann habt ihr auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit... Erstmal... Er kriegt mir jede Woche ein Video eigentlich. Krass oder? Das sag ich jetzt nicht. Es ist gut ein Monat lang. Das ist hier... Das ist jetzt unser... Toastabonnenten-Special. Vier Wochen lang... Jeden Tag... Nein. Vier Wochen lang... Jede Woche ein Video. Wir können uns noch ein... Aber ne... Das Problem ist... Mein Internet ist so schlecht. Da kriege ich es eh immer nicht rechtzeitig hochgeladen. Sonst könnten wir so einen Tag sein, wo es noch rauskommt. Wir geben euch auf Twitter. Und die Scheide ist halt... Folgt uns mal bei Twitter. Wir... Das findet ihr... Da haben wir nur... 5 Follower oder so. Ich kann immer gucken mit vielen Haaren. Voll drauf. Nein. Aber wenn ihr irgendwie nichts verpassen wollt, folgt uns auf Twitter. Da sind wir nicht so aktiv. Aber wenn... Doch! Da sind wir auf jeden Fall tausendmal mehr aktiv als auf Facebook. Ja. Weil wenn irgendwann mal ein Video hochgeladen wird oder wir gerade was drehen, dann könnt ihr auf jeden Fall dort nach gehen. Wir können ja jetzt gleich mal hier schön was da auch machen. Einfach mal... Ach so, wir haben ja ganze 6 Follower gewartet. 6 Follower. Wow! Kacke aus. Aber das finde ich nicht so schlecht. Wollen wir es einfach nehmen? Das ist auf jeden Fall besser als das davor. Okay, wir können euch dann mal das Fette über reinblenden. Tada! Na, da! Gut, dann Hashtag... Ich biete eine Million Euro. Danke. No, schies. Tschüss! 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 Tschüss? Tschsch! Okay, geil. Tschüss, Leute! Tschüss! Tschütcht! Tschußt? Tschüss! Tschüss! Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen und auf Wiedersehen! Wenn ihr gewertet ist, ob ihr es halt scheiße findet oder nicht, dann wissen wir, ob wir sowas nochmal tun sollen. Also wir machen ja nicht normal ich selber, aber sonst ne Art. Lasst uns in den Kommentaren da, was wir so machen sollen, was ihr euch noch wünscht in diesem Video. Wenn ihr so ein tolles Format macht mit Kommentaren. Also ihr könnt uns auch gerne Fragen in den Kommentaren stellen oder auf Twitter. Und vergesst bitte den Hashtag, ich biete dir eine Million Euro nicht! Also das nicht mit der Hand bitte! Tschüss! Tschüss! Wir müssen noch mal dieses Rimm-Rapport sagen. Rimm-Rapport? Nemo-Lift-Cheers-Ring! Zu unserer wundervollen Smoothie! Zu unserer wundervollen, wie heißt es noch? Zu unserer wundervollen! Zu unserer wundervollen! Zu unserer wundervollen!